So Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Da das letzte Reaction-Video zu Joel Lindner sehr, sehr gut angekommen ist, gibt es heute für euch den zweiten Teil seiner Stoffgeschichte. Ist eben gerade online gegangen und das Ganze schauen wir uns jetzt mal gemeinsam an. Mal gucken, was er erzählt und ja, auf geht's! Es hat sich auf jeden Fall ein bisschen was an seinen Videoskills seit seinem letzten PED-Video verbessert. Aber ich glaube, Joel ist momentan in Dubai, hat dort professionellen Kameramann und offensichtlich auch einen Cutter am Start. Lässt sich auf jeden Fall jetzt schon besser gucken. Ich wette, ihr kennt auch ein paar Leute, die da involviert waren. Leute fühlen sich schlecht, weil es viele Dinge, dünne Dinge, die passiert, was passiert, was passiert, was passiert, was nicht meine Idee war. Es war die Idee von anderen Leuten. Sie machte Recomendationen und all diese kinder Dinge. Ich erinnere mich sehr klar, ich wusste, ich wusste, ich kann das nicht sagen, denn dann werden die Leute schon wissen. Ich war in einem Club, als ein Bouncer. Und dann, all of a sudden, alle Leute, die sehen das und wissen, Und er redet noch schneller. Kleine Randnotiz. Und er sagt, ja, ich mache Tests jetzt, ich mache Tests. Und ich war da, ich war wirklich dieser Hardcornetik, ich war so, wow. Und ich war so, dass alle, die Steroide nehmen, ist ein F***er, Mann. F***er, Steroide, F***er, Steroide, you know. Ihr müsst die F***er, always. Aber trotzdem, ich war so, was, was ist das Test-Australien? Was, du benutzt etwas? Weil ich nie wusste, dass ich niemanden, der was benutzt, was benutzt. So, ich war so, ich war so, ich wollte wissen, ich wollte mehr wissen, ich weiß, 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 ich weiß. Und dieser andere Mann war da, und wie ich gesagt habe, er gab mir das, und er sagte, oh, du willst etwas nehmen? Nein, ich weiß, Bro, ich habe dich getroffen, du kannst Dianabol, Tablets, sehr gut. Und ich war so, okay, Tablets, wie funktioniert das, wie viel ich benutze, und all diese Dinge. Und dann, one week later, they brought the Tablets to me, and I paid him. Most likely, it was fake, because there is a lot of fake Tablets out there, and especially Dianabol or Dianabol is oftentimes just fake. This is the biggest problem, Bro, so if you consider to go out there and... Ah, ja, ne? Also, Dianabol wird, glaube ich, nicht so oft gefaked. Sowas wie Oxa wird natürlich sehr, sehr oft gefaked. Dianabol eher nicht. Vor allen Dingen merkt man das ja bei Dianabol innerhalb von zwei Tagen, ob es echt ist oder nicht. Aber da, wo er sich rumgetrieben hat, da gab es wahrscheinlich sehr viel faked Dianabol. Ja, holt eure Dianabol bitte immer mit Rezept aus der Apotheke. It is maybe a different compound than you expect. In the end, you might get some serious problems from this. I'm not a doctor, I'm not gonna give you any advice. This is just something, my personal story again, like stuff that happened to me. And I want you to not use any of these things, please. Trust me, it's not worth it, Bro. For the average person who is just wanna have a nice body, looking good, having a six-pack, you don't need to have steroids. And everyone who is always just like commenting on the pictures, like whatever I do, commenting is like, Oh yeah, if I would use PDs, I would look like you as well. Okay. And then what are you doing? These stupid people, they go out there and they're like, Yeah, I wanna look like Joe, you know, what should I use? And then you guys like, hey, yeah, you know, you need test, trend, this, 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 this. And then you use all this, you get a ton of acne, get a gynecomastia, you know what I mean? Was man dazu sagen muss, ich glaube, Joe, dass er tatsächlich nicht viel nimmt und year-round wahrscheinlich fast nur auf Test und HGH ist. Allerdings leben die meisten Leute, die so aussehen wie er, natürlich deutlich mehr. Also die meisten Leute, die year-round shredded sind, sind meistens auf Trennen, auf Droster, Vince Troll und Co. Das heißt natürlich nicht, dass das jeder machen muss, aber die meisten machen es. You have such a face, you don't know, you just get bloated, your liver, everything gets, your blood work gets really bad and in the end you still don't look like me and then you think like, he's using even more. This is always the most stupid thing. Most people, they think like, here, just take this bottle of, like, test or whatever it is, boom, take this for 10 weeks, 12 weeks and how does it work? Oh, you just take one milliliter a week, and where should I put it? You know, like, get proper information of what you are doing. It's not that, you know, there's people out there, maybe, I don't know who it is. Wenn ihr zum Beispiel deutschsprachig seid, dann könnt ihr zum Beispiel mal auf meinem Kanal vorbeigucken, da gibt es relativ viele interessante Videos, bevor ihr euch sinnlos irgendwelche Scheiße reinhaut. Ich bin ein bisschen geflasht von seinen Cutting Skills. Ist auf jeden Fall nice to watch. Coaching about these topics, more plates, more dates, or Coach Greg, or there's other people, you know, Mr. Olympia Guys, they also have a coach. This topic is so big and so important. You cannot f*** this up, man. You need guidance, definitely, and I'm not your guide, bro. I'm just telling you, I'm a f***ing stupid ****. I was so stupid. But I was young and dumb, bro. What should I say? You know how it is. You get caught up in the moment. Let me take a sip of my one liter coffee. It's all decash. Okay, back to the... Übrigens, die nicesten Shaker ever, mal hier keine bezahlte Werbung an dieser Stelle. Das sind, ich weiß nicht, ich glaube, Blender Bottle sind das. Das sind 1,3 Liter Shaker mit so einem abgerundeten Boden. Sehr nice, kann man sogar in die Geschirrspüle stellen. Ich glaube, es war wahrscheinlich f***. Ich habe es benutzt. Die anderen Leute, wir, every weekend, wir mussten arbeiten in der Klub. Ich habe ihn wieder gesehen. Ich habe ihn gesehen, wie er es größer und größer ist. Und dann, mein anderer Freundin sagte, ja, du willst es probieren oder was? Und ich habe gesagt, okay, warum nicht? Okay, wir machen es. Ich war wirklich entspannt. Also, wir fangen zu seinem Ort, blablabla. Er hat mir gezeigt, oh, das ist wie... Weil du das nicht kannst, wie ich das selber machen kann. Wie kann ich das in mir selbst? Und, you know, ich kann das nicht machen, man. Ich war f***ing. So, it's like, no worries, man, I'm gonna help you. And then you have, like, this is a weird scenario. Can you imagine, some other guy helps you to do this kind of thing. You don't, you don't do this, but it's very common, you know? Then he was like, yeah, this is this, this is the, I told you, like, this is... Gehört euch mal unten in die Kommentare schreiben, die nicht nettis unter euch. Habt ihr euch eure allererste Spritze selber gesetzt? Oder musste das jemand für euch machen? Einfach mal unten in die Kommentare hauen. Ich war es nicht selber. Aber die zweite war ich selber. Ja, das ist tatsächlich einfach ein sehr häufiges Phänomen, was ich sehr oft mitkriege. Also, wenn ihr euch auf irgendjemanden nicht verlassen solltet, was ihr an Steroiden nehmen solltet, dann ist es euer Dealer, weil der möchte im Endeffekt nur Geld verdienen. Und wenn dann auch Stoff XY rumliegen hat und das nicht los wird, ja, dann seid ihr halt die Dummen, die das kaufen müssen. Aber kurz festhalten, 350 Trenn A. plus 250 Testo jeden zweiten Tag. 250 Testo jeden zweiten Tag sind 800 irgendwas in der Woche. Also gleich erste Kur, nachdem man ein bisschen mit Dianabol rum experimentierte, dachte, gleich erstmal ein Gramm Stoff inklusive Trennen. Und ja, wie dieses Standbild so schön zeigt, hat er auch gleich Nippelprobleme bekommen. Und das war eine Kilo, die ich nicht so gut schlisten. Das war es also ein Kilo, die ich nicht so gut schlisten. Ich habe nur ein Kilo, die man aufgrund von dem T-Shirt war, die ich hatte. Und das war einfach ein Kilo, die ich so gut schlisten. Und dann war ich so, was ist das Kilo? Was ist passiert? So, ich mache ein paar Studien, auf Google. So, wenn ich mich mit einem Blogger in einem Forum kam und gesagt habe, dass ich Ich habe das, das, das und das, und dann alle sagen, du bist so f***ing stupid. Vielleicht sollte man mit einer Sache beginnen und dann sehen was, und dann probier man eine andere Sache. Und wie kann man das f***ing stupid sein, wenn man das f***ing stupid hat, um eine Trend A für die erste Sache zu tun? Ich wusste nicht, aber ich wollte etwas Hilfe. Immediately, wenn ich mich fühlt, habe ich verletzt, habe ich verletzt, habe ich verletzt, habe ich verletzt, aber in der Ende, es hat sich nicht verletzt. Es dauert lange Zeit. Es dauert mich drei Monate, drei Monate, bis alles war irgendwie normal. Übrigens, da müsst ihr auch aufpassen. Prolaktin ist im Endeffekt das Hormon, was bei Frauen für den Milcheinschuss sorgt. Ich habe das sehr, sehr oft. Mir schreiben fast jeden Tag Leute an, die sich einbilden, sie kriegen eine Gyno und dann fummeln die so lange an ihren Nippeln rum, bis die Nippel tatsächlich wehtun. Und das Problem ist, wenn ihr an euren Nippeln rumspielt, fängt euer Körper an Prolaktin zu produzieren. Heißt, wenn ihr vielleicht sowieso schon leicht erhöhte Wert habt und dann noch an euren Nippeln rumspielt, dann habt ihr tatsächlich relativ schnell ein Problem. Also lasst die Finger weg von den Nippeln. Ich habe gesehen, dass meine Nippeln rumspielt und ich dachte, f*** ich habe ein Gein. Der Problem ist, mit den Komponenten, die PED, ihr könnt ihr ein vieles F*** machen und ihr einfach nicht wollen. Weil was ist dein ultimator Ziel? Weil für mich das war, ich habe alle diese Leute auf der Internet und ich dachte, alle sind etwas benutzt. Alle sind etwas benutzt. Warum sollte ich nicht benutzt etwas, wenn die ganze Welt auf Steroids, wie alle immer sagt. Erst auf das Ding, dann habe ich gesagt, f*** all das S***, man, ich werde wieder nach Nettetraining gehen. Dann habe ich natürlich wieder gehen, ich hatte eine gute Physik in der Zeit. Ich werde das Transformation Video machen. Ich habe alles in stock, eigentlich. Von Starten Training, dann habe ich etwas, gehen etwas, gehen etwas, gehen etwas, gehen etwas, gehen etwas, ich habe alles. Ich habe noch nicht das Transformation Video gemacht, denn es ist viel Arbeit und Zeit, wir haben zu investieren. Und dann, die zweite Mal, in einem anderen Szenario, ich wusste nicht, dass man könnte, wie Arimidex, wie Oestrogen Inhibitors, wie Tamoxifen. Und da sind Dinge, die die Oestrogen von etwas zu tun, und da sind andere Dinge, die helfen dir zu reduzieren. Da sind Dinge, wie Prolactin, da sind viele Dinge, die du nur wissen kannst, wenn du dein Bloodworkst mit einem Specialist, mit einem Doktor, who is into all these topics, and he can explain to you, what is what, a lot of things you need to know. Und so einen Doktor müsst ihr mal erst mal finden, das ist nicht so einfach. And in the first place, you don't know, it's like, take this, use it for 10 weeks, and then, yeah, it's a baby dose. You do not even need an Oestrogen Inhibitor, but the thing is, I was very sensitive. At the moment I used tests, my nipples were burning, bro. I always had the problem with the gynecometria, and it was freaking me out, bro. It was freaking me out, you don't even understand, I don't get the other people that all of a sudden develop a huge gynecometria, and they don't realize themselves, I'm like, do you not touch yourself? Are your nipples not burning? Is it not hurting when you press and all these kind of things? Be aware, there's not only like, you take this, no effect without a side effect, okay? I know other people, they used tests, they only used tests as well, bro. And their back, this looked like they got shot with a shotgun, this crazy acne everywhere. And then what? Until they found out how to fix this, maybe they decreased, they had to lower the Oestrogen, that caused the acne, maybe they were, you know, another compound was causing the acne, maybe you need to take acnotin, which is a very common medication that a lot of people are using, trust me, yeah. You see all these people with baby skin, maybe some of them using acnotin, because they would have huge acne if they don't use it, okay? Anyways, I know people, man, this guy has now crazy scars all over his back everywhere and the scars will never go away, they will never go away. And why? Because you have been stupid and you just did something, because it was like, I want a fast muscle, yeah, man, wow, yeah. Bitch-tits, man, scars all over the place, also here everywhere, like, you look, the thing is, you look unhealthy as f***, man. So, ich will jetzt mal wissen, was er jetzt noch macht hier. Kommt da noch mal was? You can also look pretty decent, just go to the gym, put the timing, put the effort in, put the dedication. Okay, wir sind immer noch bei Moral Apostle, mach das nicht, wissen wir. Wir sind alle schlau und nehmen keinen Stoff. Okay, hübsche Zähne brauchen wir auch. Ah. Ihr könnt lieber mal, bevor ihr Jo Aesthetics auf Instagram folgt, könnt ihr mal seinem deutschen Account folgen, Joe Liner, ja, sehr, sehr lustig, kann ich nur empfehlen. Okay, gut, also harter Clickbait, der hat im Endeffekt das erzählt, was er, glaube ich, letztes Mal auch schon erzählt hat, dass man Trennen und Gravenzesto nicht als erste Kur nehmen sollte, das wissen meine Zuschauer, hoffe ich sehr stark und dass der ein oder andere mehr nehmen muss als Jo, um so auszusehen, wie er momentan aussieht, sollte auch bewusst sein. Dass es Naturalathleten gibt, die auch so aussehen, gibt es durchaus, aber das ist dann die genetische Elite. Ich hoffe, euch hat das Video trotzdem gefallen. Lasst mir und Jo und allen anderen auch gerne ein Abo da, einen Daumen nach oben, aktiviert die Glocke und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Macht's gut, ciao!